Der Flügelverleih-Podcast mit Buchtipps. Mein Gott kann. Er geht mit bis in die tiefsten Tiefen, in die größten Ängste, in die absurdesten Ausnahmesituationen. Er ist einfach da und dabei und hat immer Wege und Mittel, Menschen zu erreichen, wenn sie es denn wollen. Wenn man natürlich sagt, will ich nicht, bleib mir weg damit, ich denke, dann ist Gott auch derjenige, der das respektiert. Aber diese Geschichten zeigen, wenn man ihn sucht, wenn man ihn dabei haben will, dann ist er dabei. Perfektionismus ist ein Anspruch, der ist zu hoch für den Alltag, für das Leben. Auch immer Hinblick auf das Glaubensleben. Wir sind Menschen. Das ganze Gespräch gibt es im Flügelverleih-Podcast. Hör doch mal rein. Überall, wo es Podcasts gibt.